Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Necrovision. Wir sind hier in dieser Unterwelt. Immer noch. Ja, ich möchte es fast Hölle nennen. Und wir waren, wenn ich das noch richtig im Sinne, gerade gestorben. Dass ich hier irgendwas ergucken wollte. Ah, ich werde hier jetzt trotzdem nochmal schauen. Die letzte Challenge, da habe ich jetzt grandios als Versagt, die wollte ich eben aufnehmen. Ich muss mal schauen, inwiefern ich das dann nochmal probiere. Wenn es nicht hochgeladen wird, dann habe ich es nicht geschafft. Und dann auch keine Lust mehr gehabt. Vielleicht versuche ich es morgen nochmal. Ist ja immer ganz gut, wenn man sich nachts überschläft, wenn es nicht so klappt, wie es soll. Und dann sehen wir mal weiter. Hier gab es jetzt nichts so weltbewegendes. Dann gehen wir jetzt da mal weiter. dann gehen wir weiter. Okay. Das war schwer. Oh, und schon wird er kaputt. Irgendwie läuft es heute nicht so. Aber hier habe ich ja was falsch gemacht, ich weiß es nicht. Vielleicht soll ich nicht diesen seltsamen Shadowhand-File nehmen, sondern den mit dem Feuerball. Und dann werde ich zusehen, dass ich hier nicht runterfalle. Hallo. Okay. 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 Na, komm mal hin. Auf hier, der will auch noch. Ist er fertig oder kommen sie nochmal wieder? So. So. Da haben wir die Jungs verhaken. Das ist doch viel Sinn. Klein- und widerstandsfähig. So. So, wer da gelacht hat, hätte man das hier nicht geschafft. Ich habe mir gerade überlegt, ich werde einfach das für eine Challenge, werde ich hochladen, wo ich es fast geschafft hätte. Und dann, habt ihr den zu hündig auch mal gesehen. Und ob ich es jetzt dann mache und das erfolgreich abschließe, das würde ich dann davon abhängig machen, wie ich dann in den letzten, in den nächsten Tagen das Height hab. Ich würde mich überhüpfen. Ich würde mich überhüpfen. Ich würde mich überhüpfen. Ich würde mich überhüpfen. So, was gibt es hier? Oh, das ist auch nichts mehr. Oh, jetzt ist auch nichts mehr. Oh, das ist ja nicht so. Oh, ich komme da hin. Hier rum. Oh, ich kann da hin. Oh, ich kann da hin. Oh. 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 So, Munition. Ich frage mich, ob er die Munition hier verteilt hat. Dann wieder er will ich hauen. So, die Tätigkeit und Grunzen und Kämpfen. So, was ist denn hier? Was? Was? Du wieder? Ich glaube, du hast zu viel zu schraubt, nicht wahr? Jetzt hast du dich in diese Hälfte für all die Eternität. Ich habe dich verletzt, weil ich keine Wahl hatte, Mensch. Die Demons kontrolliert meine Säule, machte mich ihre Puppet. Aber jetzt bin ich nichts. Ich bin in diesem Ort. Hilf mir. Wir wollen das gleiche. Ich kann dir helfen, wenn du mir helfen kannst. Du brauchst meine Hilfe? Die letzte Mal, als ich dich gesehen habe, kannst du gehen woanders, in einer Puppe von Schmuck gehen. Nicht jetzt, Mensch. Meine Macht der Teleportation hat mir geflogen. Und ich muss nur ein Schritt nach den Wäldern meiner Hälfte und diese Guardian werden mich wundern und verbrechen. Und ich werde das für dich machen. Dann wäre ich schlecht für dich, dann würde ich sagen. Ich will nichts von dir. Du musst mir helfen. Du wirst mich nicht verstehen? Es ist ein Geist. Ich kann nur die Arkanen in die Stöhne und die Arkanen in die Stöhne öffnen den Weg zu Mephisto. Du kannst mich nicht erreichen, ohne mich. Du wirst mich von den Guardianern und ich werde das für dich machen. Und was, wenn ich nicht? Was ist es, dass einige von deinem Kind sagen? Der Krieg von meinem Krieg ist mein Freund. Es ist ordained, Mensch. Wenn du mich nicht beschädigst, wird alles verloren werden. Dein langer Odysseus wird in Wein. Ja, also ich würde ihn ja nicht rauslassen. Aber es ist scheinbar so, dass wir ihn rauslassen müssen. Ich weiß nicht, dass es nicht weitergeht. Was wäre das? Wie ich dachte, es wäre derjenige. Ah, defuck. Ach so. Okay. Brauch ich. Was wäre denn? Was ist denn mit Abstand die schlimmsten? Was ist denn mit Abstand das? Das ist riesengroß hin. in Ruhe wo ist denn echt dieser komische Zauberkerle hin was ist das jetzt was gibt es da oben es leuchtet so rot da muss doch irgendwas sein was ich brauche so außerdem noch um sein dass das ein verführerisches Ding ist und dann ist da nichts drin was ich will aber das ist schon mal wirklich so naja hier war es das scheinbar ich denke er macht hier jetzt erstmal einen Cut weil ich habe leider nicht auf die EU geschaut kann sein dass der Pfad jetzt ein bisschen kürzer ist als sonst aber ich denke das macht erstmal nichts wir sehen uns das nächste Video wenn es vielleicht Let's Play NecoVision ein bisschen viel Spaß dann ich dann ich